Auf 80 Cent. 80 Grad hochgeschaltet, ein zweiter Dreher glaube ich. Komm ein Kopf dabei. Kopf und Asse werden so ein Scheiß. Und jetzt was hohes. Mumie oder Kopf? Das ist kaum. Asse ist auch okay. Müsste aber wieder eine schöne Verlängerungsserie machen. Ach du Hüte. Schade. Schön. Das ist halt gut. Zwei Vierer Asse. Ein Vierer J. Verlängerungsserie. Verlängerungsserie. Oder nicht. Oh ok. Schaut gar nicht so verkehrt aus. Oh. Oh. Sehr schön. Jedes Mal Vierer Reihe. Jetzt schon im vierten Spiel. Komm dann machst du erstmal voll. Du hast drei Chancen. Drei. Sehr schön. Sehr schön. Jawoll. Und das im sechsten ey. Sehr schön. M6 nennt schon voll geil. Das sind fünf. Das sind schon mal 100 Euro. Kannst du mal drücken für mich? Pass auf, der macht noch mehr. Geiles Bild. Geiles Bild. Da noch eine Vollreihe. Mit dem Hut. Und einmal mit dem. Leg mich am Arsch ey. Sehr schön. Geiles Bild ey. Auf jeden Fall. Geil. 20 Cent ist mega. Das ist absolut Hammer. Auf jeden Fall. 20 Cent. Sehr geil. Haha. Sehr schön. Alter auf 20 Cent. Ein. Mega. 171 Euro auf 20 Cent ey. 171 Euro auf 20 Cent ey. Oh, viel zu spät. 10 Euro nochmal. Oh, komm schon, Juni. Schade. Bisschen zu spät, Meister. Schade. 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 Vielen Dank.